Hallo, ich bin Lunari. Willkommen Sie. Sie machen heute eine Expedition in der Schnee. Danke für den Einstieg, Luna. Aber du bist ein Xenon, eine künstliche Intelligenz. Warum hast du eine Decke an? Why, I have a blanket on now. Well, I do not need to wear anything I can walk around, even naked. Ja, stimmt. Du könntest jederzeit nackig herumlaufen, aber wir wollen mal nichts provozieren. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Okay, hier sehen Sie den Schwannberg und die Geologie-Sign. Ja, jetzt scheint sich der Schnee so richtig durchgesetzt zu haben. Das sieht jetzt hier so richtig toll aus. Ja, ein paar Schnee habe ich mal irgendwie vermisst, weil sonst gab es ja immer irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber jetzt haben wir schon so gut, ja. Vier Zentimeter Schnee liegen, das ist doch schon mal was. Hier ist der Ipho von der See. So sieht der Schnee aus. Ja, halt das klassische Wild mit der Brücke im Schnee und dem kleinen Fluss halt Richtung See. Mal gucken, ob ich ein paar andere Klassiker kriege. Ja, zum Beispiel so Klassiker wie Hundehaufen im Schnee, ne. Ist ja dann so schön, dann da, wo der Hund so hingemacht hat, da taut der Schnee ja so ein bisschen weiter weg und hinterlässt so eine kleine bräunliche Farbe. Hm, es ist nicht gerade ein Hundehaufen, aber... So, wenn ihr jetzt hier eine schöne Hundfarm sucht, der sucht hier vergebens Schnee in Schnee. Winterland. Weniger Wunder. Ja, diesen Weg hier ist außer mir noch keiner gegangen, wie man hier so sieht. Hier ist die Weinberge. Auch nochmal Weinberg bis zur Baumgrenze. Da drüben ist eine kleine Waschküche mit der Falte im Berg, wo sich dann halt das Wetter so ein bisschen sammelt. Ja, und ich bin schon ziemlich nah an der Wolkengrenze hier, weil die Wolken hängen hier ziemlich tief. Schon echt interessant. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist wohl ein bisschen vergessen worden, das Schild. Waldbrandgefahr. Jetzt zu einem Schild. Wie das hier alles so aufgebaut ist. So ist das hier aufgebaut. Der komplette Berg. Hier sieht man noch einmal ganz deutlich die verschiedenen Gesteinsschichten. So you can see the different layers of the walk again. Hat etwas gefallen an meinem Video? Hope you would like my small video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und ein Abo, damit ihr nicht eines meiner weiteren Videos verpasst. Wenn ihr euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Das habe ich euch gefallen. Ja, was soll ich dazu sagen? Vergessen zu pflücken. Ja, jetzt dämmert es auch so ein bisschen. Da kommt die Farbe besser raus. Okay, komm zurück an Bord.